Das hat dann auch einen Holzfäller, kein Wunder ist, da kaum Holz ist. Gleich mal abfackeln nachher dann. Nicht irgendwann mal genug Soldaten dafür hab. So einer rein, da muss noch einer rein. Das Löschlein muss noch einer rein. Festungen sind alle wieder voll besetzt, wie es aussieht. Zwei Punks, yeah. Da läuft doch noch ein Gefreiter, so ist voll besetzt. Da fehlt noch einer. Wir sind bei zwei, bevor einer schon weg geht. Ich brauche noch einen. Ich brauche noch ein Schwert. Ich muss mal mein Schwert sehen. Ähm... Und hier bringt's doch noch irgendwas. wir haben 50. Und da haben wir auch 50. ne? Ja, ne? Ja, ne? Ne, kleinsitzig. Hätte ja sein können. Das letzte Mal hatten wir gleich viel glaube ich, oder irgendwie so kann. So ist jetzt ein Außenschwert. Doch ein ordentlich langes, hartes Schwert. Ah, ein Schwert. Ein Schwert, ein Schwert. Ein Schwert. Oh, Kai-I war schneller als ich. Ach, wo bleibt denn der Mann mit seinem Schwert? Was wirst du jetzt? Hm, ist mir doch scheißegal gerade. Gut, mich würde es nur interessieren, was er da reingeschickt hat. Also er, dass sie ist. Wahrscheinlich ein Hauptmann oder sowas. Und da kommt auch schon der Stein. Also sagt mir, dass sie bald fertig sein. So, wo läuft denn der? Dahinter läuft er runter, als müsste es tatsächlich... Nein, Moment, da fehlt noch ein... Ah, weil es jetzt wahrscheinlich Doppelstrich, äh, dicker... Doppelstrich, also sprich, dickes Kreuz, ne? Bin ich dick? Es gibt ja nur einen dicken. Und der ist nicht dick. Ich brauche schnell noch mindestens zwei Soldaten. Und Stein. Ich brauche Stein. Stein um Stein, mauer ich mich ein. Ah, das ist gleich, ganz langsam mal wieder aus. Also fangen sie zumindest mal an. Ne, was? Diesen Bergwerk gehen die Rohstoffe aus. Ja, schön. Es war klar, dass das irgendwann passieren wird. Das war auch ein Goldbergwerk, ne, jawohl. Schließen wir das schon mal an. Auch wenn ich sperre, dass das Ding da oben auch noch wegrasen wird. Weil ich dieses Gebäude hier eingenommen habe. Jetzt wüsste ich nur gerne, was da drin ist. Das wäre eine sehr... Informative Information. Und jetzt, wo ich Soldaten bauen kann. Kann ich auch mal einen opfern. Vielleicht gewinnt er ja. Klar. Bei 44%. Habe ich noch Golderz? Null. Ist noch was unterwegs. Schlecht aus. So, wir gucken mal, was da so drin ist. Ne Uhr geht's weiter bloß. Nimm nicht an, dass du mir einen Gefallen tun wirst und gewinnen tust werden wirst. Doch, du gewinnst. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt habe ich sogar noch mehr Platz als vorher. Also, ja, das wollte ich jetzt hier hinbauen. Ja, jetzt ist noch weniger Platz, weil da was brennt oder wie. Was brennt, nimm das mehr Platz weg. Das ist eine alte Binsenweißheit. Das ist wie mit einem Feuer ins Öl schütten. Ne, Moment. Da stimmt jetzt irgendwas nicht. Feuer ins Öl schütten, ja. Ja, wenn's mal ölt, einfach Feuer ins Öl schicken. Schick, schicken. Los, Öl. Du bist dran. Ja, es stimmt, was was sagt. Diese Medikamente sollen wir wirklich nicht mit Alkohol nehmen. Äh, pfff. Meine Goldschmalze, dann kann ich die da ja im Prinzip gleich wieder abreißen. Und die ist reingreich weit weg. Jetzt muss ich aufpassen, was ich noch so anschließe. Oh, die habe ich schon angeschlossen, wie es aussieht. Gut, mehr oder weniger gut, denke ich mal, vielleicht. Was weiß ich. Komm, schließen wir gleich alles an. Sind wir wenigstens bald durch mit dem Zeug. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Dann ist ja eh scheißegal inzwischen. Ich mach's lieber so irgendwie... Sieht zwar auf jeden Fall komisch aus, aber... Was soll's. Was soll's. Es ist ja nur Holz. Ich brauche noch Strässle von oben runter. So, und dann brauche ich noch... Was brauche ich denn dann noch? Ich brauche noch... Ich brauche noch einen Fischerneuen. Ich brauche noch einen Fischerneuen. Und wo bin ich denn? Ich muss hier oben hin. Hier brauche ich noch ein Schlosser. Und dann muss ich hier mal spitz hacken. Brauche ich noch irgendwas? Schauen wir mal, nächstens hab ich ja alles schon, wie's aussieht. Das ist die Rache! Die mir total viel bringt, so direkt gesehen. Damit ich ganz schnell meine Spitzhacke bekomme. Die eine, die ich noch brauche. Und dann... Stell ich ihn wieder auf Null. Weil ich bis zweifel sie dann noch mehr brauche. Äh, äh. 44% immer noch. So könnte da nicht ein wenig Gold drin sein. So... So... So, so, so. So nicht anders. Hm, ich hätte hier einen Punk. Dass ich jetzt natürlich wüsste, was er, sie, es da oben drin hat, ne? Kommt da der Punk raus? Natürlich nicht. Punk, bitte. Soll ich vielleicht mal lieber warten, bis ich genug Soldaten habe, um das auch gleich wieder zu kompensieren. Achso, das wäre dann die Fresse da unten. Da sind auch Punks drin. Ähm... Ich gehe mal das Risiko ein. Mm, 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 mm. Da, 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 da... Da, 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 da... Da, 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 da-da. Du-du-du-du-du, du-du, du-du-du. Nee, ich kann da... Ich könnte hier noch eins, aber was bringt's mir? Was würde mir das bringen? Ich glaube, wenn ich hier noch eins baue, würde mir das mehr bringen. Ich will mir hier noch wach auskommen. So, Aufnahme mal kurz neu gestartet und alles wird gut. Ach ja, ich kämpfe, weil ich führe gerade über den Krieg. Nein, ich habe einen Sieg. Das war hier unten, da oben sieht es da aus. Böse. Ja, das endet auf Böse, glaube ich. Ja. Immerwegs, das ein Sieg haben wir errungen. Obwohl ich gar nicht die Soldaten habe, um irgendwie die Häuser zu besetzen. Aber passt schon. Das ist einmal lila. Und einmal rot. Ich schaue mal, was bei rot rauskommt. Lila, der hat nicht viel Gebäude, also wird wahrscheinlich entsprechend wenig überall dementsprechend starke Soldaten drin sein. Oder die mocken die alle im Schloss und bilden sich irgendwie super aus. Und ja. Ficken mich dann voll in den Arsch, wenn ich jetzt angreife. Ja, ruft einer nach Hause. Sehr schön. Dann kann er gleich wieder loslaufen. Ja, 44% ist auch noch zu wenig, um irgendwas machen zu können. Gut. Obergepfalte schaffen wir vielleicht noch. Obwohl. Nein, da verlieren wir jetzt auch. Naja, ich bin immer noch. Immer noch am meisten. Überall. Gut, das ist gut. Ja, 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 ja. Geht noch, geht noch. Ist alles noch gut. Wirst du mal wenig ran, da würden wir genauer erkennen. Waaaaaahhhhhhhhh. Waaahhhhhh. Waaahhhhhh. man fast schon was aber nur fast so wie sieht es hier aus wird gebaut wird gebaut einsatz hier nicht möglich es wird bereits sein es wird bereits gebaut produktion nicht möglich so war das egal anderes spiel andere kai gar keine kai in dem anderen spiel hier schon naja die kais aus 93 noch was will man erwarten sagt ihr 93 da hat unsere kai schon dann ist ihr sammler durch die er denn ist dieser keine straße kann keine verstärkung schicken nicht aber voll dafür jetzt sagen hat unsere sammler schule die kai unter der sammler schon durch gegnerische gebiete gejagt ja ja die und 2000 23 war das schon haus noch 93 ich glaube schon kann glaube ich 92 raus wenn ich mich richtig erinnern ich glaube schon ja ich muss ja noch ein kreuz machen sehr gut ich habe ein kreuz gemacht ich bin so gut da muss ich mir jetzt mal selbst loben ich habe immerhin geschafft ein kreuz zu machen das ist immerhin fast so kompliziert wie wählen zu gehen stein ist unterwegs holz ist auch irgendwie unterwegs gut 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 er ist rassistisch ich hätte Lust nochmal anzugreifen mit meinem punk ich habe auch einen kreuz-zentrum Da sieht man noch einen riesen Berg voller Kohle und Granit, sehe ich gerade. Er, den es siehst, der hat scheinbar selbst nicht mehr so Holz, Stände, oder keine Träger, doch. Ich habe immer ein paar Flaggen gesetzt. Was wohl da drin ist, wahrscheinlich ein ganz doll wichtiger Gegner. Ganz doll wichtig vor allem. Noch nicht besetzt. Oder besetzt halt jetzt alle Goldminen im Osten. Das ist ein Befehl. Upsala. Stell dir mal die Aufnahme neu. Es passiert, wenn du die falsche Taste drückst. Ich wollte doch die Pornotaste für Pornos drücken, Mensch. Ich habe hier so ein fliegendes Insekt. Das fliegt und es ist ein Insekt. Erstaunlich. Da kommt schon der nächste Glatzkopf. Ja, ich weiß, das ist ein Helm, aber da kommt der nächste Glatzkopf. Das ist in der Festung schon alles wieder voll. Ja, vor allem mit Glatzköpfen. Wie viele Punks habe ich denn inzwischen? Ich habe einen Hauptmann wo? Ich habe einen Hauptmann. Ich werde nicht mehr. Jetzt schon. Der habe ich doch sonst immer nicht. Das ist voll. Das ist voll. Alles voll oder wat? Ja, es sieht fast so aus. Hau raus. Ja, wenn es so ist und ich habe 44% Sext. Ich gehe das Risiko mal ein. Wenn nicht. Ich habe gleich wieder einen Hauptmann. Haha, nein. Kannst du mal voll verhacken. Aber ich habe genug Reserve. Aha, ich bin der einzige, der alles voll bestückt hat. Ja, so eine Hauptmann ist immer eben immer voll bestückt, ne? Du dumm, du dumm, du dumm. Du dumm. Ich fällt gerade auf, es sind irgendwie keine Schlitze für die Augen da. Oder bilde ich mir das nur ein? Augen brauche ich nicht. Ich sehe durch. Ich habe, das ist ein magischer Helm, da kann ich durchgucken. Das ist ein technologisch hochentwickelter Helm. Der Infrarot-Modus und so. Kann ich auch nachts angreifen, ne? Also, wenn es hier nachts werden würde. Sind denn neueren Sealer-Teilen überhaupt mal so Tag- und Nachtwechsel integriert? Also Sealer 1 bis 4 nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Dann. Das sieht doch schon mal im ersten Moment ganz gut aus. Er saust jetzt nicht, Kleiner. Er versaut's. Bravo. Und da ist mein Hauptmann auch schon wieder tot. Pech gehabt. So läuft's eben. Da, 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 da. Was machen denn meine Goldminen? Also, die sind zwei, sind fertig. Lager wird gebaut. Eine Schmalze. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das macht mal ein Wachhaus da oben. Ähm. Ah, das nimmt auch schon Form an. Habe ich Soldaten, um das irgendwie zu kompensieren gleich? Äh, kompensieren. Ja, ich hab Soldaten. Gut. Da, 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 da. Nimm ich hier noch. Nein, hier kann nicht. Hier bringt mir ein Wachhaus nichts mehr. Ich würd's nicht alles einnehmen können. Aber ich bau hier mal sicherheitshalber noch ein Wachhaus hin. Ich kann mal schnell Kohle brauchen. Nicht, dass der Gegner dann da irgendwie das Gebiet hier hat. Da, da, da. Es ist fertig. Gut, jetzt kommen sie von ganz oben runter gelatscht gleich, hoffe ich. Einer. Zwei. Habe ich denn da Land verloren? Ui, okay, knapp. Dritter ist noch nicht fertig. Scheinbar nicht. Ah, die zweite Schmiede ist auch schon fertig und alles. Schön, dass das mal auffällt. Ah, da kommt schon der nächste. Gut, dann ist das da unten auch gleich voll besetzt. Und dann kann ich mal volle Produktion durchstarten. Dann wird voll Gas produziert. Dann wird Gas produziert. Dann produziere ich auch mal, wenn ich aus Klo gehe. Da ist ein Leutnant drin. Aus allen Ernstes ist ein Leutnant drin. Ach ja, mit dem habe ich, glaube ich, das Wachhaus eingenommen. Da war ja was, ne? Naja, vielleicht gewinnt der dann dieses Mal oder so. Keine Ahnung. Wenn nicht, meine Schmelzer nähern sich dem Ende. Sie brauchen nur noch Stein. So was macht denn mein Schlosser? Mein Schlosser schlossert noch nicht. Naja, er, denn er sie ist, kann da auf jeden Fall nichts Neues reinschicken. Gut, willst ja auch gar nicht, wie es aussieht. Vielleicht gewinnt ja der, was der Hauptmann ja nicht gebacken bekommen hat. Weil es sah im ersten Mal gut aus, wenn Hauptmann. Aber das, ja, jetzt gewinnen wir. Und tschüss. Ist da Gold drin? Weil wenn nicht, kann ich es im Prinzip gleich wieder abreißen, was ich auch tun werde. Da wird wenigstens noch ein Leutnant frei. Gut, wahrscheinlich nicht, weil der, wenn er sich erstmal ins Schloss hockt und... Naja, nichts tut. Aber ich will auch nicht 13.000 von den Dingern haben. Die so in 2 Meter Abstand stehen, ich mein... Könnte er mit zwar Großfläche hier angreifen, aber... War hier eh so gut wie nie. 10%, 45%. Ich hab nur einen Fischer, man merkt's ne. Ich hab leider nicht geduckt. Ich hab leider nicht geduckt.